Abend Make-up ist bei so einem Fest natürlich unerlässlich und sehr wichtig. Und ich probiere das Ganze jetzt im Beauty-Zelt mal aus und lasse mein Make-up mal auffrischen. Worauf kommt es denn Acht als Make-up? Make-up sollte dezent und natürlich vor allem die eigene Schönheit unterstützen und vor allem hervorheben. Und sollte nicht als Make-up-Gesent vor allem Make-up zu sehen sein. Welche Farben nimmt man da eher? Also in Ihrem Fall würde ich hier halt die für meine warmeren Töne bekommen. Bevollziehung gibt es natürlich je nach Hautton. Und was man auch anhat wahrscheinlich nicht. Genau, muss man dann anstimmen. Gut, dann gehen wir los. Fingelfang. Das ist ein Fremdreignal. Genau, das passt sich Ihrem Hautton an. Einfach ein bisschen unterstücken. Auf die Wangenknochen gehen. Genau, ein C-Frische geben. Sehr super, ein C-Frische. Ja genau, man kann auch von Schwamm. Schön. Genau, so müssen wir noch ein bisschen die Lippen machen. Machen wir jetzt einfach die Basics. Ein bisschen. Wie viel Farbe haben Sie da? Ich habe jetzt einen leichten Pinkton. Was ist das denn? Das ist einfach der gutste hier im Hautton. Das war jetzt nur Kontur. Nein, der hat es nicht. Ach so, Kontur. Ja, jetzt kommt der Lippenstift. Richtig. Was macht die Kontur? Die Kontur fixiert. Und dass die Lippenformen einfach schöner hervorgehoben wird. Ich trage jetzt einen ganz natürlichen mit einem leichten Gloss-Effekt auf. Und dann machen wir noch ein bisschen die Augenmaß. Okay. Ja, Augenmaß. Ja, Augenmaß. Augenmaß haben wir schon. Schauen wir mal, dass die Augenmaß ein bisschen ausgeglichener ist. Wie wählt man da die Farbe am besten aus? Ja, sie sollte nicht zu dunkel sein. Okay. Sie sollte aber auch sich eigentlich der natürlichen Augenbraue anfassen. Genau, also man sollte es nicht sehen. Sie sollte sich einschmiegen. Ein bisschen die Lücken schließen. Und da hebt man die dann einfach hervor so ein bisschen nochmal. Also die Lücken schließen, genau. Und einfach die Augenbraue ganz natürlich gut in der Form unterstützen. Ja. Schön. Super, fertig, das war's. Na, jedes Mal. Alles, also ist so. Schön. Gut, dann wagre ich mich jetzt wieder frisch geschminkt aufs Thädern. Alles jetzt. So, es ist so. Ich brauche jetzt auch mal irgendeine. �z.